Ich wünsche allen einen schönen guten Abend. Ja, es wird ruhiger, danke. Erstens einmal herzlich willkommen im MetaLab. Zweitens herzlich willkommen bei Metafunk. Drittens, es freut mich, dass so viele Leute interessiert sind, was Amateurfunk ist und überlegen zumindest, den Kurs zu besuchen und zur Prüfung anzutreten. Der heutige Abend ist eigentlich ein Abend zum Gusto machen, zum Einstimmen darauf. Das heißt, wir erzählen heute im Wesentlichen, was ist Amateurfunk, was ist Metafunk, welche Erfahrungen gibt es mit Amateurfunk. Der Kurs mit dem tatsächlichen Inhalt beginnt kommende Woche und dazu der Zeit, wo ein Großteil der Anwesenden ja heute schon da war, um 19 Uhr. Das heißt also, der Kursbeginn ist jeweils um 19 Uhr. Alles andere kommt dann im Laufe des heutigen Abends hoffentlich noch so, dass wir es ordentlich übermitteln können. Ich darf vorstellen, Oscar-Eco 3, Mike, Zulu, Charlie. Mike, er ist der Präsident des Tagverbands des österreichischen Versuchssenderverbands. Der österreichische Versuchssenderverband ist die Organisation der Funkamateure in Österreich, hat in der Größenordnung 4.000 Mitglieder bei insgesamt 6.000 erteilten Rufzeichen in Österreich, wobei bei den 6.000 Rufzeichen in Österreich auch eine beträchtliche Anzahl an Clubstationen dabei ist. Das heißt, der Organisationsgrad ist relativ gut. Der Verband hat den Vorteil oder ist notwendig unter anderem, weil der Amateurfunkdienst ein international anerkannter Funkdienst ist. Das heißt, wir können gleichberechtigt mit Rundfunkstationen, Flugfunk und ähnlichen Funkdiensten auf der obersten internationalen Ebene, dort wo um Fernmeldewesen diskutiert wird, mitreden und sind dort ein durchaus gern gehörter Gast. In dem Sinn, für die Einleitung glaube ich einmal genug. Mike, bitte. Dankeschön, Herbert. Ja, Entschuldigung, ich habe mich nicht vorgestellt. Mein Rufzeichen ist Oscar Eco 1 Hotel Whisky Sierra. Herbert Walloschek steht da. Wollte ich gerade machen. Vielen Dank, Herbert. Und danke für die Einleitung. Ja, was soll Gegenstand der nächsten 40 Minuten sein? Ich möchte die Gelegenheit nützen, euch ein wenig von dem Amateurfunk zu erzählen. Was ist das überhaupt? Was hat mich dazu gebracht? Was gibt es da für Spielarten? Wie wird man das? Was braucht man dazu? All diese Dinge. Ich denke, es wird für jeden was dabei sein. Und am Ende dieses Vortrags gibt es dann auch Möglichkeiten, Fragen zu stellen etc. Ja, gleich die erste Frage. Was ist überhaupt der Amateurfunk? Herbert hat schon fast ein bisschen vorweggenommen und mir die Show gestohlen. Also Amateurfunk ist ein technisch-experimenteller Funkdienst. So, technisch-experimentell, darunter kann man sich ja noch etwas vorstellen. Es geht natürlich um Technik, technikbegeisterte Menschen treffen sich da, sie machen Experimente, Versuche, was auch immer. Aber das Wort Funkdienst steckt da auch drinnen. Und Funkdienst ist letztendlich etwas, was in der ITU, in der Internationalen Telekommunikationsunion geregelt ist und definiert ist. Und es gibt außerdem Amateurfunkdienst noch andere uns bekannte Funkdienste. Das ist zum Beispiel der Rundfunkdienst, Flugfunkdienst, Seefunkdienst, um nur einige zu nennen. Und konkret kann man sagen, der Polizeifunk gehört zum Beispiel nicht dazu. Und der CP-Funk auch nicht. Das sind sogenannte Funkanwendungen. Aber der Amateurfunk ist also der Amateurfunkdienst, ein eigener Funkdienst. Worum geht es dabei? Es geht unter anderem auch um den Selbstbau von Sendern, natürlich auch Empfänger, Antennen als Zubehör. Und es ermöglicht eine, mit dem teilweise selbstgebauten oder modifizierten Equipment, es ermöglicht weltweite Kommunikation. Ich sage immer dazu, ein Amateurfunkdienst, ein Funkdienst hat immer Rechte und Pflichten. Also die Rechte haben wir schon ein wenig gestreift. Wir dürfen einige Dinge, haben auch Zugriff auf sehr, sehr viele Frequenzbereiche. Das werden wir gleich noch sehen. Aber wir haben auch eine Verpflichtung. Und die Verpflichtung dafür, dass wir das dürfen, ist, dass wir mit unserem Funkdienst und mit unseren Anlagen und auch mit unserem Know-how im Not- und Katastrophenfall der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Also es gibt eine gewisse Verpflichtung, im Not- und Katastrophenfall auch, auch Funkverkehr zu leisten für die Allgemeinheit. Nun, jetzt haben wir gesprochen, was ist Amateurfunkdienst? Das ist Amateurfunk, ein Funkdienst. Jetzt schauen wir uns an, was ist denn eigentlich ein Funkamateur? Ein Funkamateur ist also die Person, die sich mit der Funktechnik und dem Funkbetrieb, sind zwei verschiedene Dinge, aus rein persönlicher Neigung beschäftigt. Dabei aber keinerlei kommerzielle Interessen verfolgt. Es gibt auch noch andere Themen, die im Amateurfunk wenig Rolle spielen. Und da gibt es leider nur mehr wenige Bereiche in unserem Leben und in unserer Gesellschaft. Aber Amateurfunk ist ein solcher. Also auch Politik und Religion und sogar Stand und Geld und so weiter spielt im Amateurfunk eine sehr untergeordnete Rolle. Also es ist die sogenannte völkerverbindende, der völkerverbindende Aspekt des Amateurfunkdienstes. Und ein Funkamateur, der beschäftigt sich einfach mit dieser Funktechnik, weil ihm das interessiert. Und dabei ist es völlig unerheblich, ob der andere, mit dem ich jetzt, der Funkpartner, mit dem ich jetzt so ein Experiment mache, ob der, was sage ich, ob der früher in Russland, also über dem Eisernen Vorhang sitzt und einer ganz anderen gesellschaftlichen oder politischen Schicht abstammt. Oder ob er der König von Spanien ist oder was auch immer, spielt keine Rolle. Das Verbindende ist einfach, man interessiert sich für die selben Dinge und optimiert irgendeine Transistorschaltung oder was auch immer. Das ist also ein Funkamateur. Viele würden sagen, ein Amateurfunker, oder viele haben das schon gehört, Amateurfunker. Ich sage immer dazu, den Amateurfunker gibt es nicht wirklich. Also definiert und die richtige Formulierung lautet ein Funkamateur. So steht es auch im Amateurfunkgesetz drinnen. Weiter. Ja, jetzt werden viele von euch sagen, okay, wozu brauche ich das überhaupt noch? Auch mit meinem einfachen Handy kann ich jederzeit nach Amerika oder nach Australien oder sonst wohin telefonieren. Das geht unkompliziert, tippe einfach ein und schon meldet sich einer. Nun, dem halte ich immer entgegen. Natürlich ist es möglich, dass ich nach Amerika telefoniere, aber bitte ruf einen an in Amerika, der gleichgesinnt ist. Der dasselbe Interesse hat, jetzt mit dir darüber zu sprechen. Also das wird relativ schwer fallen. Das heißt, es geht nicht so sehr darum, jetzt eine gewisse Person in Amerika anzurufen und mit der zu kommunizieren. Es geht vielleicht gar nicht so sehr um die Kommunikation. Es geht sehr stark um das Überbrücken dieser Entfernung als technisches Experiment. Ich habe also mit meiner eigenen Antenne, mit meinem eigenen selbstgebauten Gerät diese Verbindung hergestellt. Und das ist Sinn und Zweck dieser Sache. Und diese Freude, die teilen wir mit ungefähr einer Million anderer Funkamateure auf der Welt. Eine Million Personen haben also in etwa auch eine so eine Amateurfunklizenz. Und an den Bildern sieht man schon, das ist von einer Messe, ich glaube in Friedrichshafen in Deutschland gemacht. Also es ist sehr international und es finden sich also hier in Arabien, in Südamerika, in Australien und in Asien, überall gleichgesinnte, die mit uns auf den Amateurfunkfrequenzen dieses Experiment durchführen und mit uns funken. Nun, ich habe schon kurz ein wenig die Frequenzen gestreift. Ich habe gesagt, es gibt eine Vielzahl von Frequenzen, wo wir das tun dürfen, durchführen dürfen. Dazu muss man natürlich sagen, warum dürfen Funkamateure überhaupt solche Frequenzen verwenden? Frequenzen, die sonst in den Versteigerungen viele Milliarden Euro wert sind. Man hört das immer wieder mal, wenn wieder die Mobilfunkfrequenzen versteigert werden. Nun, die Funkamateure haben historisch dazu beigetragen, diese Wellenausbreitung und überhaupt das Verhalten von elektromagnetischen Wellen, von Funkwellen, zu erforschen. Und das liegt also schon ein wenig zurück, aber damals war es so, dass die Wissenschaftler gesagt haben, alle Frequenzen oberhalb der Mittelwelle, die kann man alle nicht brauchen. Da spielt euch da mit, das schenken wir euch. Aber da unten auf der Mittel- und der Längstwelle, da bitte, da dürft ihr uns nicht in die Quere kommen, liebe Funkamateure, weil dort funken wir mit unseren Schiffen von der Navy oder mit den U-Booten oder wie auch immer. Die Militärs waren halt sehr stark und irgendwann dann die aufkommenden Telegrafieverbindungen. Wie auch immer, der ganze obere Bereich, also Kurzwelle, das was wir heute als Kurzwelle kennen, den hat man damals im Bausch und Bogen den Funkamateuren geschenkt. Und die Funkamateure waren eigentlich diejenigen, die dann draufgekommen sind, halt, auf Kurzwelle kann ich ja viel leichter nach Amerika funken oder nach Afrika oder nach Australien. Das geht ja auf Kurzwelle viel besser als auf Mittelwelle, wo ich viel mehr Leistung brauche, wo ich vor allem tagsüber Probleme habe mit der Tagesdämpfung und solche Sachen. Und die Erforschung dieser Ausbrettungsmechanismen geht also aufs Konto der Funkamateure und aus diesem Grund hat man, also man hat ihnen zum Dank natürlich diese Frequenzen wieder weggenommen, ist eh ganz klar, ja so läuft es in der heutigen Zeit. Aber man hat ihnen also Segmente, sogenannte Amateurfunkbänder, das sind also Frequenzbereiche, die hat man ihnen gelassen, um dort die Experimente weiter durchzuführen. Und die nützen wir heute. Und wir sehen an dieser Grafik, da gibt es also Programme, wo man diese Ausbreitungsbedingungen, das sogenannte Funkwetter auch berechnen kann. Und da sieht man also hier schon, es gibt verschiedene Frequenzbereiche von 3,5 MHz, 7 MHz, 10, 14, 18 und so weiter bis hinauf auf 28 MHz. Dort endet dann definitionsgemäß die Kurzwelle, darüber kommt dann Ultrakurzwelle und so weiter, Mikrowelle. Das sind alles Themen, die werden wir dann im Kurs näher beleuchten, weil die verhalten sich bei den Ausbreitungsbedingungen alle unterschiedlich. Ja, wenn wir zu den Bilden nochmal schauen, was kann man da machen? Hier sieht man also ein wenig, wie sich diese Funkwelle ausbreitet. Die wird reflektiert an der sogenannten Heavy-Side-Schicht oder an der Ionosphäre. In ungefähr 300 Kilometer Höhe gibt es also eine Schicht, die, wenn sie von der Sonne bestrahlt wird, dazu führt, dass durch die elektrischen Ladungen die elektromagnetische Welle durch sie nicht hindurch, ungehindert hindurch tritt, sondern wieder zur Erde zurück reflektiert wird und das passiert sogar mehrmals. Es gibt mehrere solche Sprünge und so kann man also mit einem Funksignal, das wir zum Beispiel hier in Wien wegsenden, ohne weiteres mit mehreren Sprüngen bis nach Amerika senden oder wohin auch immer und unsere Freunde können von dort auch zurücksenden. Und mit so einem Programm, mit so einem Stück Software kann ich also hergehen und das berechnen und wir sehen schon, das Ganze hängt ein bisschen von der Sonneneinstrahlung ab. Das heißt, je nachdem, wie der Sonnenstand ist, gibt es also Bereiche, die sind leichter und Bereiche, die sind schwieriger zu erreichen, beziehungsweise einmal muss ich höhere Frequenzen verwenden, einmal niedrigere. Und da gibt es auch verschiedene Begriffe, die wir alle hören. Move und Loof, also die höchste und die tiefste Frequenz, die man da verwenden kann. Also das ist schon Teil des durchaus auch wissenschaftlichen oder wissenschaftlich angehauchten Teils im Amateurfunk. Nun, ich habe schon gesagt, ich möchte euch ein paar Facetten, exemplarisch Facetten vom Amateurfunkdienst vorstellen. Das kann nur ein Schlagschatten sein, also ganz kurz Stroboskop-Lichtartiger. Ich verspreche, wir können uns dann beim Kurs in all diese Dinge vertiefen. Und ich darf euch sagen, ich habe euch auch gesagt, ich werde ein bisschen was zu meinem Werdegang im Amateurfunkdienst erzählen. Ich mache das also seit meinem 14. Lebensjahr. Das heißt, genau genommen, habe ich mit 14 begonnen, CB-Funk zu machen, also auf 27 MHz zu spielen. Relativ schnell habe ich erkannt, dass ich das nicht mehr lange machen kann, weil dann würde irgendwann einmal die Funküberwachung von meiner Türe stehen. Also so, bevor ich 17 war, hatte ich alle Kontinente auf 27 MHz erreicht, ja, mit selbstgebauten Equipment und im CB-Funk war das Selbstbau nicht unbedingt erlaubt, formulieren wir es so. Und habe zu meinem Vater gesagt, du, ich sagte was, wenn ich so weitermache, irgendwann kannst du mich abholen, ja, im Knast, ich habe damals nicht gewusst, dass das so einfach ist mit Freigang und Fußfessel, das hat es noch nicht gegeben, also, wie auch immer, hat es nicht gegeben oder für mich hätte es sicher nicht gegeben, ja, gut, aber wir haben gesagt, Politik spielt keine Rolle, daher habe ich ja sogar mit 17 die Amateurfunkprüfung abgelegt. Und seitdem, und ich kann euch sagen, wir sehen es jetzt ein bisschen, es sind viele Jahre vergangen und es war mir nicht ein einziges Mal langweilig, ja, also fahrt wird es nicht und ich habe also bei Weitem noch nicht alles von dem, was ich euch da vorstellen werde, ausprobiert, ja, also es gibt nach wie vor Bereiche im Amateurfunkdienst, die harren noch meiner Erforschung und das wird es auch ständig mehr, ja, wo die Technologie schläft ja nicht und es gilt also auch für den Amateurfunkdienst, es gibt ständig neue Facetten, die man machen kann und ein paar werde ich euch exemplarisch zeigen, ja, aber das sind bei weit nicht alle und ich kann versprechen, unsere Lebenserwartung reicht also nicht aus, unsere finanziellen Mittel wahrscheinlich auch nicht, um alles auszuprobieren, ja, also ich empfehle dann einfach sich die Dinge rauszusuchen, die am meisten Spaß machen und einfach auszuprobieren. Ja, bitte, ja, eines davon ist Morsen, also Morsen, kennt ihr, ist zweifellos eine der ältesten Arten der digitalen Kommunikation, passt gut in dieses Haus, MetaLab, digitale Kommunikation, ein und aus, null oder eins und der Morsencode ist also einer, der von den Funkamateuren bis heute sehr geschätzt und verwendet wird, warum? Weil er benötigt sehr wenig Bandbreite und hat auch eine hohe Redundanz, man sollte es ja gar nicht glauben, was das menschliche Gehirn alles schafft, also dagegen sind alle anderen CAC und sonstige Prüfsummen, Geschichten in der EDV Welt, harmlos dagegen, also es ist immer noch so, dass unser menschliches Gehör gesamt, also zusammen mit unserem Gehirn umgeschlagen ist beim Dekodieren von Morsenzeichen, also sehr wenig Bandbreite, das heißt mit geringem Equipment, mit geringem Aufwand, mit geringer Senderleistung kann ich also sehr weit kommunizieren. Daher ist also Morsen, er freut sich immer noch hoher Beliebtheit und ist wirklich eine coole Sache, wenn man es kann. Früher war es noch ein bisschen anders, weil da war es ein Zwang, da musste man es für die Prüfung können, also damit man eine Amateurfunklizenz, eine volle Lizenz für Kurzwelle erreichen konnte, musste man mindestens 60 Zeichen pro Minute können und das ist also durchaus keine einfache Sache. Also 60 Zeichen pro Minute bedeutet also eines pro Sekunde und es ist schon so, dass man das also mit Nachdenken nicht mehr schafft. Ich rede jetzt wieder aus meiner Sicht, ich bin also eher der kognitive Typ, nicht so sehr der musikalische und bis zu 60, das ist sozusagen das Limit, bis zu 50 vielleicht, da kannst du nachdenken, war das jetzt lang, kurz lang oder was anderes, das geht vielleicht gerade noch, aber 60 und darüber ist dann einfach unmöglich, das muss das Kleinhirn schon machen, also das heißt, so wie wir vollautomatisch uns ins Auto setzen und dort schalten und walten, so muss das also beim Morsen auch gehen, das heißt, ich darf gar nicht mehr drüber nachdenken, was hat man da jetzt gegeben, sondern ich muss das automatisch quasi vor meinem virtuellen Auge sehen oder automatisch aufschreiben können. Das war früher verpflichtend, jetzt ist es eine Option, man kann es machen, also man kann die Prüfung noch ablegen, muss es aber überhaupt nicht, machen auch kaum mehr Leute, was man aber sehr wohl macht, ist auf den Kurzwellebändern, auf den Amateurbändern noch Morsen betreiben. Warum es die einfachste Möglichkeit ist, sein Rufzeichen dem anderen mitzuteilen. Ja, das war Morsen. Er ergänzt es vielleicht noch, auf dem Bild sieht man hier, der hat zwei Dinge in der Hand, nämlich erstens ein Kugelschreiber oder ein Stift, um mitschreiben zu können und das zweite, was da ist, das Kistl, ist ein Sendeempfänger, das heißt ein Gerät, mit dem man empfangen und senden kann und mit dem weltweite Kommunikation möglich ist, also in der Größenordnung beginnt ist. Ja, also ich kann wirklich mit ganz kleinem Equipment und mit sehr wenig Sendeleistung hier mit einem Stück Draht weltweit kommunizieren. Nun, wir haben den Selbstbau schon erwähnt, das alleine ist also oft schon eine Herausforderung. Manche bauen also mehrere solche Sendeempfänger in ihrem Jahr, andere wiederum bringen einen in ihrem Leben nicht fertig, beide Varianten gibt es und dazwischen ist sozusagen alles offen. Also, wir dürfen das machen, das ist ein besonderes Privileg. Zum Vergleich, wenn der Polizist an seinem Funkgerät herumschraubt, dann erlischt die Bewilligung für das Verwenden dieses Gerätes. Die einzigen, die quasi per Definition in ihren Geräten herumschrauben dürfen, das sind die geprüften Funkamateure. Und so ungefähr kann es ausschauen, das geht von ganz klein bis ganz groß, von einfach bis extrem komplex. Ich habe ein paar Beispiele, Bilder sagen ja mehr als 1000 Worte, ein Sender eingebaut in eine Zuckerdose reicht völlig, um zum Beispiel nach Amerika zu senden, um ihn vielleicht mit dem Computer zu verbinden und so weiter und so weiter. Also da gibt es die tollsten Dinge. Das kostet auch nicht viel, wo ich Selbstbau natürlich gar nicht auskommen kann. Also, auf diesem Kurzwellen- und UKW-Bereich, da kann ich natürlich fertige Sender auch kaufen, keine Frage, das tun auch die meisten von uns. Aber es gibt Bereiche, wo ich das einfach nicht mehr machen kann, weil es das nicht gibt. Das ist im Mikrowellenbereich. Also, besonders hohe Frequenzen sind das über, ich sage mal, über 2 Gigahertz, über 5 Gigahertz. Teilweise, ein Österreicher hält dann Rekord bei 143 Gigahertz oder 240 Gigahertz oder sowas. Nun, die Funkkommadeere erforschen, also sukzessive auch diese ganz, ganz hohen Bereiche und hier kann ich nichts kaufen, hier muss ich also hergehen und aus einzelnen Komponenten mir selbst was bauen. Und da ist also durchaus wieder diese fächerübergreifende technische Fähigkeit gefragt. Wir sehen schon, da geht es um durchaus mechanische Dinge. Ja, die Leute drehen sich sogar ihren Parabolspiegel selbst aus einem Stück Aluminium mit höchster Genauigkeit. Ich sage dann immer diese sogenannten Hohlleiter, also das sind diese Wellenleiter, das ist ein bisschen Klempnerarbeit und so weiter und so weiter. Also, Goldschmied, ja, was auch immer. Also, hier greifen dann verschiedene technische Bereiche ineinander. Das gilt also überhaupt für den ganzen Antennenbau zum Beispiel, da geht es dann auch um Statik und zum Schluss geht es auch noch um Juristerei, um Recht, wenn der Nachbar dagegen klagt. Ja, all das gibt es. Und ich kann Amateurfunk nicht nur von zu Hause betreiben, sondern natürlich auch mobil. aus dem Auto, aus dem Flugzeug, vom Segelboot, aus dem Caravan oder Wohnmobil oder wie auch immer man dazu sagt. All diese Dinge kann ich machen. Nun, es gibt dann Besonderheiten im Amateurfunkdienst. Also, sich schnell mal in so ein Handfunkgerät zu kaufen, richtig zu programmieren. Da wird es dann schon ein bisschen spannend. Kaufen bringen wir noch zusammen, auf Ebay, aber dann richtig programmieren, ist schon die erste Hürde. Und dann verwenden und mit ein paar anderen in Wien zu funken, das ist ja noch eine leichte Übung. Obwohl, um so weit zu kommen, ist auch ein bisschen Kurs nötig. Aber es ist verhältnismäßig einfach. Und es steigert sich dann bis hin zu den Königsdisziplinen. Und eine habe ich hier versucht vorzustellen. Das ist Erde, Mond, Erde. Erde, Mond, Erde bedeutet, ein Funkamateur sendet sein Funksignal Richtung Mond. Dort wird ein ganz, 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 ganz winziger Bruchteil davon reflektiert von dem Mond. Gestein, passiv. Und ein anderer Funkamateur in Amerika oder in Neuseeland fängt dieses bisschen Signal, das wieder eine Sekunde lang unterwegs ist mit Lichtgeschwindigkeit, die Entfernung zu überbrücken und dabei natürlich auch wieder extrem gedämpft wird, fängt dieses schwache Signal auf und kann es entziffern und kann also darauf antworten. Das ist Erde, Mond, Erde. Und um das zustande zu bringen, da braucht es dann schon ein bisschen mehr als ein einfaches Funkgerät. Hier braucht es also genaue Kenntnis. Erstens der Himmelsmechanik, zweitens zum Beispiel der Rauschzahl meiner Antenne, Rauschzahl meines Empfängers und so weiter Vorverstärker. Ich muss die Antenne dem Mond Bewegungen nachführen. Einiges an Mechanik dabei. Die Antenne ist nicht klein, also die ist, was weiß ich, 10 Meter mal 10 Meter mal was auch immer. Groß, ein ordentliches Gewicht, sodass sich das richtig bewegt und auf ein halbes Grad genau positioniert werden kann. Da sieht man schon, da gehört ein bisschen mehr dazwinter dazu als nur Elektronik. Und auch das ist eine der Spielwiesen vom Amateurfunkdienst, mit der ihr euch dann beschäftigen könnt. Ich war vor kurzem zu Gast bei einem holländischen Funkamateur, der jetzt in Österreich lebt und hat mich eingeladen, an seiner Erde, Mond, Erde Station einen Contest zu machen. Und ich muss sagen, selbst für mich, wo ich das also schon seit vielen, vielen Jahrzehnten mache, war das wieder mal ein Erlebnis, den ersten Kontakt über den Mond nach Neuseeland zu realisieren. Das ist schon eine coole Sache, wenn plötzlich Signale aus Neuseeland über den Mond reflektiert in Niederösterreich gehört werden. Nun, ich kann aber natürlich auch Dinge machen, da eignet sich zum Beispiel gerade wieder dieses Gerät sehr gut, weil das hat ein eingebautes GPS. Und was kann ich da machen? Die Funkamateurien betreiben ein sogenanntes APRS-Netz. APRS ist Abkürzung für Automatische Packet Reporting System. Also da werden digitale Daten in kleinen Pakete mit Prüfsumme geschickt. Die haben also einen Absender, eine Zieladresse und ein Informationsfeld. Und in diesem Informationsfeld kann zum Beispiel die Position der Funkstelle stehen. Es gibt noch mehr. Ich kann also auch Telemetrie übertragen, Wetterwerte, die Strahlung von Radioaktivität oder was auch immer. Ich da mache mal Blitzdaten, werden da übertragen. Also der Kreativität in der Anwendung ist wieder keine Grenze gesetzt. Aber das Besondere ist, Funkamateure betreiben jeden einzelnen Teil dieses Systems. Und erst wieder durch das Zusammenwirken vieler, also der Community, wird das wirklich was Brauchbares. Also ich kann einfach das Gerät einschalten und man sieht meine Bewegung, meine Fahrtstrecke dann auf Google Map. Ein Funkamateur aus Finnland hat hier, ist einer von vielen, hat hier ein Interface geschrieben. Ich kann also dort jederzeit die Funkamateure auf der ganzen Welt beobachten, wo sie herumfahren, wenn sie so ein Gerät verwenden. Wir sehen, auch damit das funktioniert, muss ja mein Signal, meine GPS-Position irgendwie auch aufgefangen werden und ins Internet gesteckt werden. Auch das machen die Funkamateure untereinander. Das heißt, wir betreiben so sogenannte Gateway-Stationen, die also über den ganzen Planeten verstreut sind. Mit unterschiedlicher Tichte natürlich. Und die, die die Aufgabe haben, ehrenamtlich diese Signale einzufangen und entsprechend weiterzuleiten. Also das wäre APRS, eine digitale Spielart des Amateurfunkdienstes. Nun für diejenigen unter euch, die sagen, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, die kann ich auch willkommen heißen. Amateurfunk bietet auch die Möglichkeit, mit Video-Equipment, mit TV-Equipment zu spielen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Funkamateure betreiben ein Netzwerk, wo sie selbst Programm machen können. Wir nennen das ATV, Amateur-Television. Und dieses ATV, das gibt es schon viel länger als übrigens ein Fernsehsender in Österreich. Hier gibt es also Umsätze auf den Bergen und wir können also selbst dort im Mikrowellenbereich unsere eigenen Programme, unsere eigenen Videos dorthin schicken. Man hat Webcams, die sind teilweise vernetzt von Slowenien bis nach München, werden die durchgereicht. Und ich kann also hier auch im Video-Konferencing-Bereich mit einem Freund, einem Funkfreund, mich austauschen, wie ich da jetzt irgendwas umlöte, modifiziere, mein Gerät repariere, etc. Man kann sich gegenseitig über die Schulter schauen dabei. Amateurfernsehen heißt das. Braucht natürlich schon ein bisschen mehr Bandbreite. Nun, wir haben vorher schon ein bisschen unseren Planeten verlassen mit Erde, Mond, Erde und haben einen Himmelskörper mit eingebunden in unsere Experimente. Die wenigsten wissen, dass der Amateurfunkdienst auch eigene Amateurfunk-Satelliten baut und betreibt. Also es sind ungefähr 50 so Amateurfunk-Satelliten im Umlauf, die von den Amateuren von Clubs zusammen mit Universitäten und technischen Schulen gebaut wurden und dann auch in ein Orbit befördert werden. Also da gibt es Zusammenarbeit mit der NASA, mit der ESA, mit den Russen und so weiter. Den Indern, alle möglichen Weltraum-Nationen sind da jetzt aufgetaucht. Und mit diesen Amateurfunk-Satelliten kann ich also all diese Spielarten des Amateurfunk auch machen. Nämlich, ich kann sie als Relais, als fliegende Relaisstelle verwenden, kann also relativ große Entfernungen damit zurücklegen. Also so wie man es vom Satellitentelefon her kennt, kann ich also auch meinen Funkhorizont mit Hilfe eines solchen Satelliten riesig erweitern. Und ich kann Dinge machen, die durchaus von anderen mit Interesse und Unglauben beobachtet werden. Ich war zum Beispiel in Australien unterwegs, im Outback, viele hundert, um nicht zu sagen tausend Kilometer entfernt von jeglicher Zivilisation. Und trotzdem ist es mir gelungen, über die ISS meine GPS-Signale an Google zu schicken. Und meine Familie zu Hause konnte also sehen, wo ich mit dem Geländewagen durch die Wüste und durchs Outback in Australien fahre. Mithilfe der ISS. Also auch solche Varianten gibt es übrigens, die ISS habe ich erwähnt, ich weiß nicht, ob es noch kommt, aber auch die ISS hat eine Amateurfunkstelle an Bord. Und viele, oder eigentlich alle Kosmonauten, die also da fliegen, haben auch eine Amateurfunklizenz im Übrigen. Nun, viele dieser Dinge finden also mehr oder weniger, ich sage immer, im Sitzen statt. Es gibt aber auch eine Spielart des Amateurfunkdienstes, die durchaus ausgesprochen sportlich abläuft. Das ist die sogenannte Fuchsjagd. Nun, keine Angst, das hat nicht mit Tieren zu tun, sondern man bezeichnet den kleinen Sender, oder es werden fünf Sender, im Wald positioniert und versteckt. Und diese Sender, die bezeichnet man als Fuchs oder Füchse. Und so ein Fuchs, das ist also ein kleiner Sender, der wird also im Wald positioniert. Und es geht dann darum, möglichst rasch, schneller als die anderen Teilnehmer, diese Sender zu peilen und zu finden und innerhalb einer gewissen Zeit wieder zurückzukommen ins Ziel. Und das ist also durchaus eine sehr, ja, erstensportliche, aber auch sehr soziale Art des Amateurfunkdienstes. Also die diversen Siegesfeiern sind also auch legendär in diesem Zusammenhang. Ja, also da sieht man dann so ein Teilnehmerfeld, die erfolgreich an so einer Fuchsjagd teilgenommen hat, mit selbstgebautem Equipment. No, na, sehr ganz klar, dass der Peilempfänger auch selbst gebaut ist. Die Raumstation ISS habe ich schon erwähnt. Wozu kann man das verwenden? Also erstens natürlich, um das zu machen, was ich vorhin erzählt habe, kann man eine GPS-Position anschicken. Ich kann aber auch mit den Kosmonauten sprechen. Und das tun wir regelmäßig, zum Beispiel bei sogenannten Schulkontakten. Also wir tun uns dann zusammen mit einer oft technisch interessierten Schule und geben dort die Möglichkeit, den jungen Leuten, den Kindern, den Schülern, die Möglichkeit, einmal mit einem so einem Kosmonauten auch direkt zu sprechen, ihm zehn Fragen zu stellen. Mehr als zehn gehen sich meistens nicht aus. Was weiß jemand, warum? Ganz genau richtig. Also selbst, wenn sie direkt über uns drüber fliegt, ist sie nach durchschnittlich acht bis zehn Minuten wieder hinterm Horizont verschwunden, kommt erst wieder in zwei Stunden zurück. Also, wenn die schnell sind, bringen sie zehn Fragen drüber. Aber wir als Funkamateure, wir stellen diese Verbindung her, auf Amateurfunkfrequenzen und geben also den Kids hier die Möglichkeit, einmal auch in diese Satellitentechnik und Weltraumtechnik live hineinzuschnuppern. Okay, nächstes Schlaglicht. Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Wir nennen uns das Datenfunk. Wir haben einen Namen, der heißt Hamnet dazu. Ham wird also in Amerika der Funkamateur bezeichnet. Worum geht es da? Wir Funkamateurs haben ein eigenes Netz auf IP-Basis aufgebaut, mit Richtfunkstrecken, wo es also im Bereich von 10 bis 30 Megabit Geschwindigkeit quer durch Österreich geht, aber nicht nur quer durch Österreich, quer durch Europa, quer durch die Welt. Und jeder Funkamateur kann daran teilnehmen. Und was wir machen ist, wir gehen also her und nützen dieses Netz dann, um zum Beispiel andere Informationen darüber zu übertragen. Also zum Beispiel die Sprache von, ja, ganz normalen so einem Funkgespräch über ein Relais verbinden wir dann. Das heißt, ein Relais steht zum Beispiel in Wien am Kallenberg und das lässt sich mit so einer Technologie verbinden, mit einem Relais in München oder in, ich weiß nicht was, in Paris. Und wir können damit von Handfunkgerät zu Handfunkgerät oder von Auto zu Auto relativ große Entfernungen überbrücken, weil diese beiden Relais-Funkstellen in den beiden Städten mit dieser IP-Technologie verbunden sind. Völlig unabhängig vom Internet, das heißt, gerade in Zeiten von Blackout und anderen Themen, durchaus eine interessante Fallback-Option, die also auch wieder, da sind wir wieder zurück beim Not- und Katastrophenfunk, die also dort durchaus auf Interesse stößt und immer wieder auch genützt wird. Also es war in Slowenien der Blackout-Fall letztes Jahr, wo es also durch den Eisregen längere Zeit keinen Strom gegeben hat. Auch dort haben Funkamateure ausgeholfen mit Datenübertragung konkret. Naja, und für alle, die hoch hinaus wollen, gibt es zum Beispiel diese Spielart des Amateurfunks. Auch das ist wenig bekannt. Wir bauen regelmäßig kleine Sender und verschiedene andere Messbaugruppen etc., die wir dann mit einem Ballon in die Stratosphäre befördern, also auf ungefähr 30.000 Meter, viel höher geht es meist nicht, und diese Daten dann per Amateurfunk aufzeichnen, hören, auswerten etc. Also diese Nutzlast ist selbst gebaut von Funkamateuren und auch hinterher, wenn der Ballon dann platzt und wieder an einem Fallschirm zum Boden fällt, dann kommt wieder die Technologie zum Tragen, die wir vorher genannt haben, nämlich dieses APRS, wo ich also die Positionen immer übertrage und zum Schluss dann die Fuchsjäger, die mit ihren Peilantennen diese Nutzlast wieder finden und den Ballon also wieder bergen zum Schluss. Ja, was kann ich noch machen? Ich kann mal zu Hause ein Radar bauen, wo ich sehe, wo die Flugzeuge herumfliegen. Ja, ganz einfache Sache. Verbinde mein Funkgerät einfach mit der Soundkarte eines Laptops, eines Computers, das notwendige Programm dazu, und schon sehe ich aufgrund der Auswertung des Doppler-Effektes, wo die Flugzeuge sich bewegen, in welche Richtung, relativ zu meiner eigenen Position oder zu meiner eigenen Bewegungsrichtung, wenn ich mich auch bewege. Und das sind also durchaus ganz eindrucksvolle Experimente, wo ich mit wenig Geld Dinge nachweisen kann, die, glaube ich, die wenigsten von uns wissen, dass man das überhaupt machen kann. Also das Flugzeug fliegt bereits so schnell, dass sich eine Funkfrequenz verändert, wenn sie an der Hülle dieses Flugzeuges reflektiert wird. Doppler-Effekt. Ja, und wenn die Frequenzen da oben immer noch nicht hoch genug sind, da kann noch höher gehen. Die höchste Frequenz, die wir Funkamateure momentan nützen, ist sichtbares Licht. Also auch im Bereich des sichtbaren Lichts, Licht auch eine elektromagnetische Welle, letztendlich gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel Sprechfunk zu betreiben. Ich selbst habe also hier Experimente gemacht, über 100 Kilometer mit Freunden in der Tschechei und in der Slowakei. Auch hier Selbstbau und geringste Sendeleistung, also so eine 3 Millivatt-Laserdiode, so ein Laserpointer, reicht völlig aus, um Sprache, Daten, Video über 100 Kilometer übertragen zu können. Schöner Nebeneffekt, da können nicht viele zuhören. Ja, da können nicht viele zuhören. Nun, wenn wir, also ich könnte diese Beispiele, Aufzählungen noch etwas fortführen, aber ich glaube, es hat ein bisschen einen Überblick gegeben, was alles möglich ist. Ist also nicht alles gewesen, aber wenn diese Experimente dann erfolgreich waren, also das heißt konkret für uns, wir haben eine Funkverbindung zustande gebracht, dann schicken wir uns üblicherweise eine sogenannte Empfangsbestätigungskarte oder auch genannt QSL-Karte. Im Kurs wird man das auch nochmal lernen, QSL ist eine Abkürzung und ist eine sogenannte Q-Gruppe. Die Flieger unter euch werden Q&H kennen, den Luftdruck und bei den Seglern gibt es auch verschiedene Abkürzungen. Das heißt, wir im Amateurfunkdienst verwenden eigentlich Abkürzungen und Verfahrensweisen, die in anderen Funkdiensten auch sehr üblich sind und dazu gehört übrigens auch die Abkürzung QSL. Nun, wir schicken uns solche Karten, das ist wie eine Postkarte letztendlich, da stehen die wesentlichen Dinge in unserer Verbindung drauf, wann hat sie stattgefunden, welche Sendeleistung haben wir verwendet und so weiter, wie gut haben wir den anderen gehört und es ist auch eine eigene Klick, die dann diese Karten sammelt. Wenn ich, weiß ich nicht, alle Counties von Amerika habe, dann kriege ich halt irgendein Diplom dafür oder wie auch immer. Die Sammelleidenschaft ist auch abgedeckt, das will ich damit sagen. Also es ist nicht nur, bitte? Counties, das kann dauern. Ja, das dauert natürlich, aber du hast ja Lebenzeit. Ja, also du musst halt schauen, dass nicht viel rauchst und so, nicht viel arbeitst, wie das sich ausgeht. Ja, also du kannst natürlich auch andere leichtere Dinge suchen, alle Bezirke Wiens, also die Gutrund, glaube ich, hat einmal begonnen, alle Bezirke Wiens. Das lässt sich leichter machen. Nun, Amateurfunk, habe ich schon gesagt, Amateurfunk, einerseits ein Funkdienst, aber wichtig festzustellen ist auch, für viele von uns ist Amateurfunk mehr als nur ein Hobby. Es ist auch eine Brücke hinein in die Berufswelt. Es bietet einfach die Möglichkeit, Dinge, die wir theoretisch auf der Universität oder auf der HTL am Anfang erworben haben, in die Praxis umzusetzen und Dinge auszuprobieren, von denen vielleicht die Industrie in Zukunft profitiert. All diese Dinge kann man also umsetzen im Amateurfunk. Und die einen oder anderen wissen, auch, dass sehr große, namhafte Firmen und Firmengründer Funkamateure waren. Also ich nenne nur einige, aber Apple war so. Was war noch? Sony, der Gründer von Sony. Was fällt mir noch ein? Warum unsere Nokia-Telefone, wenn sie ein SMS empfangen, die, 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 da, da, die, die machen? Ist auch leicht erklärt. Es waren ein paar Funkamateure, die sich da in der Entwicklung gelangweilt haben. Und so weiter. Also diese Funkamateure sind an vielen Stellen in der technischen Welt zu finden. Und das hat seinen Grund. Ja, es ist also letztendlich, auch wenn man über die Weltraummöglichkeiten sprechen, ein möglicher Einstieg in die Forschung. Funkamateure haben erst vor kurzem fast schon verloren geglaubte Sonden der NASA wieder empfangen. Wir haben selber einige Funkamateure haben also ein altes Radio-Teleskop in Bochum reaktiviert. Es hat 25 Meter Durchmesser. Also damit kann man schon Deep Space, Deep Space Experimente machen. Und die machen das auch wirklich und helfen dann oft NASA und anderen, so eine Sonde wieder zu reaktivieren. Gut. Wir haben besprochen, was ist so ein Funkamateur? Ja, es sind so ein Verrückter wie ich zum Beispiel oder der Herbert. Oder auch die Gudrun. Darf sich auch schon zu unserem Kreis zählen. Die Frage ist einfach, wie wird man jetzt Funkamateur? Wie wird man Funkamateur? Man muss dazu eine Amateurfunkbewilligung erlangen. Der erste Schritt dorthin ist der erfolgreiche Abschluss oder das Bestehen einer Amateurfunkprüfung. Diese besteht aus mehreren Teilen, genau genommen aus drei. Einmal den rechtlichen Teil. Ich habe es jetzt immer nur gestreift, aber wir müssen natürlich genau wissen, was dürfen wir, was dürfen wir nicht. Wir haben von der Gesellschaft, vom Gesetzgeber einen relativ großen Vertrauensvorschuss bekommen. Nämlich, es ist nicht so einfach, einen Sender selbst zu bauen, ohne dass alles andere zusammenbricht, ohne dass die Flugzeuge vom Himmel fallen und die Polizei nicht mehr funken kann und mein Nachbar nicht mehr fernsehen. Man kann jetzt fragen, was ist wichtiger? Ja, was ist das größere Problem? Also, letztendlich ist das ein Vertrauensvorschuss. Man muss also wissen, was darf man tun. Das lernen wir im Recht. Dann gibt es den Bereich Technik. Da gibt es allerdings zwei Schwierigkeitsstufen. Es gibt eine einfachere Lizenz oder sogar zwei und eine, also die höherwertigste Lizenz, wo ich dann wirklich alles selber bauen darf. Die notwendigen Kenntnisse erwerbe ich also da im Bereich Technik. Und dann gibt es die Betriebstechnik. Da wird letztendlich vermittelt, ja, wie funke ich denn jetzt überhaupt? Ja, jetzt weiß ich, was ich tun darf. Jetzt habe ich so ein Funkgerät. Aber wie mache ich das jetzt? Wie spreche ich da? Wie vermeide ich, dass ich da andere störe? Wie läuft das ab? Wie mache ich ein Signal über Erde, Mond, Erde? Das hat zwei, drei Sekunden Laufzeit. Naja, gibt es bestimmte Betriebsverfahren. Und die lerne ich im Bereich Betriebstechnik. Und die Frage ist, ist das schwer? Ist das schwierig? Das Bild sagt hoffentlich mehr als tausend Worte. Das ist Hera und Florian. Die waren also beim Erlangen der Prüfung ungefähr in diesem Alter. Ja, ein bisschen jünger sogar. Also das können, es ist kinderleicht auf Deutsch. Es können also sogar Kids, die einigermaßen aufgeweckt sind, erlangen. Das heißt, es sollte so für niemanden der Anwesenden hier in diesem Raum ein Problem darstellen. Es wird nicht geschenkt, das muss man schon sagen. Also man muss sich schon mit dem Text auseinandersetzen. Man muss sich mit den Unterlagen beschäftigen. Man muss ein bisschen was auswendig lernen. Man muss ein bisschen was verstehen. Aber das wird im Kurs in den nächsten Wochen auch vermittelt. Ja, und dann ist immer die letzte Frage. Uh, was kostet, es ist recht teuer. Also, ich weiß nicht, was für andere Hobbys so im Raum üblich sind. Ja, Motorrad fahren, was tauchen, um einiges zu nennen. Also, das gehört sicher zu den Billigen. Allerdings nur, was die Prüfungsgebühr betrifft. Weil nach oben ist da natürlich alles offen. Aber die Prüfung kostet 40 Euro und der Bar zerquetschte und die Gebühr pro Monat 1,45 Euro je nach Sendeleistung. Also, durchaus überschaubar, will ich damit sagen. Durchaus überschaubar. Das sind die Kosten. Ja, und damit will ich also meinen Teil dieses heutigen Einleitungsvortrags zum Thema Amateurfunkdienst abschließen und darauf verweisen, wie es weitergehen soll. es gibt nach dem heutigen Tag dann den Start des Metafunkkurses, also Amateurfunkkurs hier an diesem Ort. Jeden Mittwoch um 19 Uhr. Achtung, da geht es ein bisschen schneller los. 19 Uhr. Und ja, mich würde es freuen, so viele wie möglich von euch in diesen Kursen zu sehen. Ich werde selber auch immer wieder vortragen. und wir werden sicher eine kurzweilige Zeit haben. Das kann ich versprechen. Und natürlich freue ich mich schon drauf, so viele Funkamateure in Zukunft unter euch begrüßen zu können und dass ihr an meinen Experimenten teilnehmen könnt. Vielen Dank. Und wenn wir uns weiter sind, ist das so weit? Gut. Zwischen ist